Robben ist Spaßvogel Nummer 1. Robben ist ein Mensch, der viel Freude am Leben hat. Robben ist unser Spaßvogel in der Mannschaft, mit dem kann man immer gute Laune haben. Er spielt mit sehr viel Selbstvertrauen, hat sehr viele Offense-Qualitäten und hat seine Defense verbessert mit seiner Deflection und seiner Länge. Robben ist unser Leader, er ist unser Kapitän. Ich denke, er hat die meisten Länderspiele, die meiste Erfahrung bei uns. Hat aber jetzt wirklich die Slow-Fall auf! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.